und herzlich willkommen zurück zu 2 so weiter ich weiß nicht richtig richtig also nach den ersten drei märz kraft so richtig lust auf dem foto ist so mal wieder seit langem spielen der macht mir richtig fangen aber schauen wie gesagt jetzt haben wir ein bisschen wir haben jetzt ein bisschen abwechslung trenne einmal vanilla einmal dumm vor du dann ein bisschen bruttel du mal gucken wie das wird so von der abwechslung her wobei ja wie sagt gute hexen ist ja gar nicht sondern ich ja auch in dem sinne brutteln bin ich mal ein bisschen gespannt wie es dann so wird egal der rektor weiter los hier ich weiß nicht wie lange die maps werden oder sind oder was auch immer deswegen gar nicht mal so viel quatschen und scheiße was auch mal geht doch ein kacob mein kopfhörerkabel wirklich immer um diesen scheiß mit tisch da egal so ok so Das war's. Ich glaube, da haben wir gerade einen Bug gefunden. Wenn er diese Viecher mit diesem roten Strich anvisieren und man sie aber in diesem gelben Bonus umschaltet, dass man ganz kurz diesen Glaube Kill, dann verschwindet der rote Strich nicht mehr. Interessant. Wieder was herausgefunden. Hab wir da hinten. So, da muss ich mal sagen, wir haben die Tür und rennen gleich da hinten rein. Ich hab nur einer. Dazu kommt die ganze Horde. Aber den ist ja gar nicht so. Oh, oh, tschüss. Oh, da ist was hinter. Aha. So, hier können wir noch nicht rein. Blau. Blau haben wir noch nicht. Ich bin halt ein Scheiß. Gut, heißt, wir müssen erstmal hier unten rein. Oder wir können mal versuchen da hinten drauf zu kommen, aber ich wüsste gar nicht wie. Achso, ich kann von da oben her runterspringen, was auch immer da oben ist. Gucken wir mal, wenn's soweit ist. Gucken wir mal, wenn's soweit ist. Ja. Ich frau mich hier nicht runter, Alter, da unten ist so viel Geschrei und so und so. Kann ich halt irgendwie, irgendwie, irgendwie weg, wenn es harte Fahrt kommt. Also da ist auch nur Vorsprung. Die Frage ist, kann ich da hinlaufen? Ist da eine Tio? Ach. Feil, 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 feil. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, gut. Oh. Jetzt bin ich ja wieder hier. Hat er jetzt voll viel gebracht. Da hinten ist die blaue Karte. karte also ich wusste irgendwie ran die tür ist aufgegangen mal schau mal, da guckt oh mein gott alter, das war ja gerade schon wieder, ne, das war ja gerade schon wieder grenzwertige verarschung das war ja gerade schon wieder wow, schau mal, tschüss gut, naja ah, dann kann man ja nicht raus, aber wenn man hier rüber rennt, dann kann man da hinten hin jawoll easy peasy oh, alter, Hilfe kommt mal her, ihr wixer ha, habt ihr gedacht, ihr seid besser als ich, ha? ihr bittchen, seid da nicht guckst du noch mal? nö scheinbar nicht ok, dann gehen wir mal hier rauf, rein, durch was ist das schon wieder? ah, hier ist der Weg ah, hier ist der Weg interesting ach so, ich kann nicht aaaaah 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 b, okay, gut so, blau, wo ist blau? denn da war schon mal wieder ein paar sequels ach ja, da hat er heute irgendwas da, bla bla dankeschön so, wo war der secret? der secret war da ach seh, der war ja schon drin da ah ne, da war aber noch nicht, da müssen wir noch gucken, wie wir reinkommen ach so, das ist nur eine stufe in der textur hier dachte schon hm, wie könnten wir da oben reinkommen dann nach rechts geht unten weg, das heißt wir müssen irgendwo dann seht ihr da, diese kleinen rosa, da rechts von den rosa, diese kleinen Vorsprung das sind so die typischen Indikatoren für Sequels, also für Eingänge oder Aufgänge äh oh, alter ja fickt euch tut doch weh aha da haben wir auch noch schon wieder einen Weg, der dazu ist so, wenn ich ehrlich bin, würde ich da gar nicht runter andererseits denke ich mal, dass wir da gar keine andere Wahl haben von daher Augen zu und durch oh mein Gott oh mein, ach du scheiße scheiße ja pf holy fuck das war amüsant oh der sequel wieder rein du so kommen wir noch mal so abgeht der schalter der darunter gefahren hat hier habe ich jetzt auf die rote karte bekommen da ist nichts hier ist doppelläufige schott gehauen weil jetzt ist die komplette ist gar nicht so darum waren wir schon hier sind ex es ist ja schon gut aber ich würde gerne noch da oben rein die question ist wie komme ich da rein ich gehe doch mal zurück vielleicht hat sich irgendwo irgendwas geöffnet das wäre ein träumchen weil wie gesagt das sieht interessant aus so noch mal eine rote karte kommen wo war hier irgendwas rotes kann ich etwas rotes ich gar nicht erinnern macht er nichts die liegen noch gut in der zeit da können wir noch ein bisschen kippen sich gut suchen bei der welt könnten wir zum beispiel mal gucken was es da jetzt mit dem mit dem eingang bei dem rechten ding da zu tun hat jetzt muss er hier unten sein ja schön hier wird 122 gelüftet so die frage verkommen wir haben das hier auch nicht aufbekommen ist das irgendwie schade oder ich habe irgendeinen schalter übersehen das kann natürlich sein da ich gerade auf schalter gar nicht geachtet habe aber ich bin hier los schalter dahin da wird da so ganz kleines weißes das sieht doch aus wie so ein schalter oder das geben wir einfach mal hin und gucken wir noch mal nach wo war das war da irgendwo das ist auf jeden fall irgendwas aber ich habe keine ahnung was das sein soll und wie wir da rankommen das ist auf jeden fall das ist auf jeden fall das ist das ist ich glaube so leid es mir auch tut aber ich würde sagen dass wir dann leider doch nicht aber da oben ist noch ein Backpack, da oben kommen wir auch um hier rauf hat also auch da muss doch einen Weg rauf geben da kriege hallo die Waldfee stimmt, den dringend ist ja auch noch rauf vielleicht gibt es da einen Übergang aber hier habe ich ja schon alles geguckt ja gut kann es doch sein, dass man da unten hin teleportiert wird durch diesen einen Teleporter, wo wir gerade nicht rankommen da stellt sich dann aber immer noch die Frage, warum kommen wir an diesen Teleporter nicht ran vermutung eins, es hat irgendwas mit diesen kleinen Dinge zu tun, aber ja da wäre halt die Frage, was genau hat es damit zu tun andererseits, hier ist noch eine weiße Linie, das ist eigentlich, dass es ein Eingart oder Ausland ist so viele Möglichkeiten ach so, weil er nur so Fenster ist ah ok hm 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 das ist ja natürlich ein bisschen, ähm curiosity ich würde durchbringen danke nein, äh, das da hm 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 ja, das ist ja verrückt ich kann mal kurz gucken, ob das Exit wirklich ein Exit ist eigentlich ja, aber sag ich doch man weiß ja nie, vielleicht, ne ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber irgendwo war halt auch, dass die Schaltfläche vom Exit ein Schalter war, der weiteren Raum geöffnet hat, darin war dann das eigentliche Exit, aber wenn man die sich hier in der Schaltfläche von sich macht, dass auch noch nicht mehr das ist, dass er sich bis zum nächsten Mal laucht hier folgert hat, dann war zu sehr gut überfragt dann gucken wir einfach mal ganz kurz oder reinkommt ddt gar nicht okay das ist kein ziegel oder sowas sondern das ist jeder sogenannte hörkanal aber hier rumläuft da waren diese ganzen pickies drin und dadurch dass wir umgelaufen sind haben uns durch diesen kleinen kanal hier hinten die pickies gehört die sind dann hier über diese graue linie gelaufen diese graue linie zum teleporter und damit wo sie dann in diesem raum 3 teleportieren ja okay das heißt das hat mit dem ziegel gar nichts zu tun und irgendwo muss halt noch ein schalter denn den ich gerade nicht finde naja dann machen wir halt einfach tatsächlich an der stelle feiern die exe zwar da unten und dann würde ich mir sorgen schaum mit v oder so nein bitte da Tschüss.